Ja, ich weiß, da hinten war auch noch einer, den hab ich auch schon gesehen. Von hier aus hat man Sechsenz gesehen, aber ich weiß damit auch noch einer ist, den holen wir uns natürlich auch noch. Oh, schaurig, wie viel ist der da? Klack, klack, klack. 18.2, deswegen ist es laut. Oh, ach, muss mal einen kleinen Schritt machen. Moment, der Marm, soll ich jetzt über eine bessere Kamerasteuerung verfügen? Ah, okay, Eisgriefel hatten wir da wirklich Sachen frei. Und so soll ich helfen werden. Ups. Batschnappi, ja, weg. Okay. Verbessert. Ich hab jetzt noch nicht zu viel unterscheiden, aber egal. Juhu, hoch, 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 hoch. Oh, Moment, ich hab mich nicht da unten fallen lassen. So, ich glaub das war's, oder? Ich hör nicht mehr mehr. Ich hör nicht mehr mehr. Nö, das muss es gewesen sein. Gut. Dann gehen die doch hier mal wieder raus. Ich find's immer so cool, wenn die so springt. Klack, klack. Gut, sagen wir. Ich laufe jetzt einfach da unten hoch. Hüah. 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 Bergsteiger. Bergsteiger. Bapp ist unterwegs. Das ist alles Absicht, warum ich den Namen jetzt öfter sag. Umso öfters ich, öfters ich, yep. Jetzt richtig, umso öfters ich den Namen zack, umso eher merk ich mir den. Denn ich bin mit den Namen merken relativ schlecht. Was wahrscheinlich so auch gar nicht gemerkt hat in meinen ganzen anderen Let's Plays. Wo ich mir unbedingt nicht so viel war, der Name. Da ist auch noch irgendwo ein, oder? Täusche ich mich. Hä? Ich wäre hier doch auch noch ein. Oder ist das hier oben? Hm. Hui. Hüah. Bart, 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 Bart. Irgendwo hier höre ich doch noch mal ein. Kommen die wegziehen? Hm. Ah! Da ist doch einer. Oh, ich hab dich gehört. Ist doch noch einer? Hä? Da unten. Ah. Meine Ohren. Das täuscht mich nie. Hm. Voll selten. Ist das noch einer? Boah. Ziemlich stark. So. Nochmal du. Hä? Ja, la, la, la. Hecker. Jetzt komm ich. weg. Schim, 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 schim. Ja, ha. So. Ich geh nur irgendwie mit. Das ist irgendwie leicht mit einem Wett zu vergleichen. Ja. Ja. Und packen oder alles. Aha. Da. Da ist es. Da ist hier nochmal einer. Wo es so bissle um. Glimmert. Dach wo es so ist. Ich glaube, die erste Zeitfolge fiel jetzt gerade hier nur rum. Und jetzt haben wir so Kistalle einfach. Hm. Da ist nichts. es ist ein Schaf das macht ein Schaf dahinter das ist ein Schaf hinten drin mit 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 kommen was macht da ein schaf ja komm raus ok klar wieso ist da ein schaf gewesen kann es mir eine ich habe gedacht dass so ein kristall nicht alle schafe können ich nehmen ja ich kann nicht nehmen ist keine härte schon mal davon da kommen mit hier beschwert bei deiner herde gedrückt mit dem kürbis wieso doch gar nichts aus hier können wir uns jetzt mal den felsen da oben nehmen so es wird so ich hätte fast nie wieder da hin ich könnte das nicht so Ich glaube, das war es jetzt hier unten. Da. Halt. Ja, da oben hat man etwas. Bääääää. Ist nicht leichter. So, irgendwie müssen wir die jetzt da hinmachen. Das ist das einzige, was ich noch weiß. Weil der kack ist, soll es die Sprossen in Richtung Energie festlenken. Greif dir den Spross und halte ihn gut fest. Wachsen mit X. Okay. Farbe hat. Noch 300 Geefelsen sollten reichen um die Sternenpflanze. Ja. Sollte reisen. Wahrscheinlich um die Sternenpflanze voll nach oben wachsen zu lassen. Ja. Ja. Ah, hier nicht irgendwo. Face. Hä? Ah, da oben. FFS. So ein Kristall, wollte ich sagen. Ach, jetzt mal wieder aufgeführt. Okay. Ja. 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 Das ist ein Elastisches Neues Wachstum. Interessant. Extrem elastisches Neues Wachstum. Interessant. Ja. Ah, da ist er da hoch. Na gut. Gehen wir nochmal da hoch. Kluck. 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 Gebt dich fest. Juhuu. Juhuu. Auf nach oben. Auf neue Gefilde. Juhuu. Na gut. Na gut. brauchen wir...